Bei der Bubble Rain-Technologie strömen aus der Duschbrause nicht wie gewohnt Wassertropfen, sondern mit luftgefüllten Wasserblasen. Die dazu benötigte Luft wird von der Duschbrause durch einen strömungstechnischen Kniff selbst eingesaugt. Als Herzstück dieser Technologie befindet sich im Brausekopf eine Wirbelkammer, die durch den Leitungsdruck einen Wasserwirbel erzeugt. Die Sogwirkung des Wirbels saugt Luft in den Brausekopf und es entsteht ein Schaum, der aus den Brauselöchern in Form von Wasserblasen austritt. Obwohl ein weicher, kraftvoller Brausestrahl entsteht, werden bei der Bubble Rain-Technologie zwei Drittel weniger Warmwasser verbraucht und der hohe Duschkomfort lässt nicht erkennen, dass hier gespart wird.